Musik Willkommen zurück im Kurs. In dieser Lektion werden wir noch einmal grundlegend darüber sprechen, was wir im B2B-Marketing unter einem Produkt grundsätzlich verstehen. Denn Sie erinnern sich sicherlich noch an den klassischen Marketing-Mix, den Sie auch aus dem B2C-Marketing kennen. Im B2B sind Produkte allerdings nicht das gleiche wie im B2C und deshalb sprechen wir über eine ganz besondere Form der Produktvermarktung. Wir werden uns auch anschauen, welche Arten von B2B-Produkten es überhaupt gibt. Okay, lassen Sie uns mal starten. Ein ganz einfaches Beispiel, an dem sich das Prinzip des B2B-Marketings ganz gut erklären lässt, ist die technische Vermarktung von Geräten zur Abstandsmessung. Und Sie haben wahrscheinlich schon einmal gesehen, wie Abstände in der Industrie gemessen werden und bestimmt werden. Hauptsächlich wird das im Qualitätsmanagement-Bereich oder eben auch in der Produktion und Fertigung eingesetzt. Die Messung ist immer nur so gut, wie auch das Messgerät tatsächlich kalibriert ist. Und die Kalibrierung eines Messgeräts ist eben ein aufwändiger Prozess, den nur spezialisierte Unternehmen leisten können. Und wenn das Ergebnis passt, also wenn ein Messgerät besonders gut kalibriert ist, kann ein Unternehmen dadurch beispielsweise höherwertigere Produkte herstellen. Wenn wir also als Hersteller im B2B-Marketing über den Verkauf und Vertrieb eines bestimmten Messwerkzeugs oder eben eines normierten Messinstrumentes sprechen, dann verkaufen wir letztendlich nicht nur das Messinstrument, sondern der Kunde möchte tatsächlich mehr Präzision im Vorgang der Messung. Und durch die Präzision, die unser Messgerät liefern kann, bekommen wir letztendlich auch die Aufmerksamkeit, die wir für die Vermarktung beim Kunden überhaupt brauchen. Wenn Sie also ein Hersteller für Präzisionsmessinstrumente sind, dann könnten Sie in der Annahme liegen, dass Sie ein bestimmtes Messinstrument oder ein Messverfahren meistens über technische Features an den Kunden verkaufen müssen. Sie vermarkten also ein Produkt. Das kann über eine Messe oder einen Verkaufsstand geschehen, indem Sie dann besonders tolle technische Verfahren, Features und Standards anpreisen. Aber die richtige Antwort darauf ist, dass das, was Sie verkaufen, eigentlich nicht das technische Feature ist, sondern vielleicht das Qualitätskostenziel, das der Kunde erreichen möchte. Oder die sehr hohe Präzision seiner eigenen Produkte, mit denen er an den Markt geht. Das sind also ganz spezifische Geschäftsziele, die nur unter der Voraussetzung erfüllt werden können, dass präzisere Messinstrumente eingesetzt werden. Und genau das sind dann die Argumente, weswegen ein Käufer ein Produkt kauft. Also die Frage ist, wie können wir besser messen? Und wie könnten wir auf unterschiedliche Art messen? Beispielsweise, wenn man bestimmte Abstände innerhalb einer Bohrung oder innerhalb eines bestimmten hochpräzisen Bereichs mit dem Messgerät bestimmen möchte. Das kann der Kunde auf ganz unterschiedliche Weise machen, beispielsweise mit manuellen und konventionellen Werkzeugen. Die sind aber eventuell noch relativ ungenau und dadurch kann der Kunde keine hohe Präzision erzielen. Wir können dem Kunden aber auch eine computergesteuerte Maschine verkaufen, mit der über bestimmte Laserverfahren oder optische Messverfahren die Bestimmung eines Abstandes sehr, sehr präzise gewährleistet werden kann. Wir können es also über die Innovation versuchen, mit der wir in der Lage sind, das Problem des Kunden zu lösen, nämlich das Geschäftsziel der Kostensenkung zu erreichen oder der höheren Qualitätswerte, die er in der Industrie erzielt. Aber was bei dem Verkauf dieser Lösung interessant ist, ist, dass diese auch eine bestimmte Dienstleistungs- und Service-Dimension hat. Denn wichtig zu verstehen ist, dass im B2B-Marketing der Service rund um den Betrieb, die Einrichtung, die Kalibrierung oder eben ähnliche Verfahren, die notwendig sind, um eine technologische Präzisionsmaschine in Gang zu bringen, eine sehr große Rolle spielen. Und wir alle neigen dazu, zu glauben, dass Service und Dienstleistung nur im B2C, also im Endkonsumentensegment, von großer Bedeutung ist. Sie alle schätzen die Kundenqualität oder das Kundenerlebnis in einem bestimmten Shop oder Einkaufsladen. Oder Sie schätzen auch die Geschwindigkeit, mit der Amazon die Lieferungen an Sie ausliefert. Aber das ist eben nur das, was wir als Endkunden im B2C-Segment wahrnehmen. Die Wahrheit ist, dass es im B2B-Marketing noch viel wichtiger sein kann, guten Service und vor allem individuellen Service zu leisten. Und aus diesem Grund müssen wir auch den Wert wirklich verstehen, der im B2B-Marketing eigentlich an den Kunden verkauft wird. Und hier kommen wir zu einer sehr interessanten Differenzierung, nämlich der Bedürfnisdifferenzierung aus Sicht des Kunden. Ein Kunde nimmt beim Verkauf eines bestimmten Produktes sowohl das Materielle eines Produktes, aber eben auch das Immaterielle wahr. Und genau diese Wahrnehmung können wir uns zunutze machen und als Hersteller tatsächlich diese beiden Welten miteinander kombinieren und diese unterschiedlichen Bedürfniskategorien adressieren. Wir sprechen dann auch von einer kundenspezifischen Anpassung, was im Grunde genommen ein Marketinginstrument aus einer Kombination aus materiellem und immateriellen Warenwert ist. Und gerade bei der kundenspezifischen Konfiguration der Produkte im B2B-Marketing kommt nun wieder das, was wir bereits beim Buying Center kennengelernt haben, ins Spiel. Es geht nämlich um die Logik, wie das B2B-Marketing tatsächlich in Richtung des Kunden aufgebaut wird. Eine entscheidende Komponente im B2B-Marketing-Mix ist die sogenannte Vorplanung. Im Englischen wird dies auch als Pre-Engineering bezeichnet. Neben dem Vorplanungsmoment gibt es das eigentliche Hauptmarketing, wobei es tatsächlich um die Kombination aus dem Produkt und der Dienstleistung als solches geht. Und am Ende sprechen wir in diesem Prozess-Sicht eben über den Kundensupport, der möglichst herausragend ist und besser als der des Wettbewerbs. Und wir können diese auch als Post-Marketing-Phase bezeichnen. Der Punkt ist hier, dass all diese Phasen aufeinander aufbauen. Aber der große Unterschied zum B2C ist der, dass in jeder Phase unterschiedliche Ansprechpartner im Unternehmen für genau diese Themen ins Spiel kommen. Und Sie erinnern sich womöglich, dass die Anzahl der Mitglieder in einer Einkaufsorganisation unter Umständen sehr hoch sein kann. Wer ist also letztendlich für die Phase des Pre-Engineering auf Kundenseite zuständig? Wer entscheidet dann über das eigentliche Angebot und die Produktkonfiguration? Und wer ist derjenige, der tatsächlich für Service und Kundenqualität beim Kunden zuständig ist? Zum einen kann dies eine technische Abteilung sein. Und hier kommt eben der typische Ablauf unseres Selling Centers ins Spiel. Das, was Sie bereits kennen, ist, dass Sie frühzeitig anfangen sollten, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen. Das Engineering könnte beispielsweise durch eine technische Stelle seitens des Selling Centers adressiert werden und dann gemeinsam alle technischen Anforderungen klären und Gespräch führen. Es könnte sein, dass wir relativ viele technische Vorgespräche auch führen müssen, wobei es dann um Spezifikationen, Produktanforderungen usw. geht. Während der Hauptvermarktungsphase führen wir dann den Großteil aller Diskussionen, womöglich mit der Einkaufsabteilung und dem hauptsächlichen Kernverkaufsteam. Und schließlich kann es nach dem Kauf und bei der Verwendung eines bestimmten Systems oder einer Anlage oder eines Produktes zu einem erheblichen Nachverkaufs- und Supportaufwand kommen. Und dann muss klar sein, was der Kunde auch Richtung Support und Service von einem Anbieter erwartet. Es gibt also diese unterschiedlichen Stadien, in denen sehr viel Dynamik ist und bei denen es immer wieder um die gleichen Fragen im B2B-Marketingprozess geht. Dies erfordert also seitens des Anbieters auch ein mehrstufiges und teamorientiertes Herangehen und ebenfalls ein systematisches Konzept. In diesem Sinne kommt es wirklich auf die Logik an, die wir in unserem Selling Center in die Vorbereitung der Informations- und Verkaufsaktivitäten stecken. So können wir beispielsweise in einer späteren Phase sehr einfach auf die gestiegenen Anforderungen beim Kunden im Service reagieren und konkrete Angebote unterbreiten. Das Pre-Engineering ist aber auch insofern wichtig, als dass wir sicherstellen, dass wir die Spezifikationen liefern, die der Käufer braucht und diese eben zu den Kosten, die dem Bedarf entsprechen. Und auch das Post-Marketing kann recht profitabel sein, wenn unser Service-Modell entsprechend designt ist. Es macht also sehr viel Sinn, über ein solches stufenweistes Vorgehen zu sprechen und tatsächlich auf die Details einzugehen, die in diesem Verkaufssystem stecken. Der Punkt bei diesem Thema ist es also, dass tatsächlich die Planung im B2B-Ablauf entscheidend ist und Auswirkungen auf den Erfolg hat. Schauen wir noch kurz auf die Operationalisierung und die Umsetzung dieses stufenweisen Prozesses im Selling Center. Dies kann differenziert nach Rollen und Verantwortungen geschehen. Ein Instrument, um die Kontrolle über die Planung dieser einzelnen Aktivitäten und Verantwortlichkeiten zu behalten und transparent zu machen, wer wann für was verantwortlich ist, ist die sogenannte RACI-Matrix. Das RACI, also R-A-C-I geschrieben, ist ein Instrument aus dem Projektmanagement. Damit wird es möglich, in jeder Ablaufphase die richtigen Personen zu bestimmen, die für einen Prozessschritt die Verantwortung tragen. Wir können also genau sagen, wer die Verantwortlichkeit hat für einen spezifischen Punkt innerhalb dieses Vertriebsansatzes. Der Buchstabe R signalisiert dann die Hauptverantwortung. Wir können auch sagen, wer beispielsweise hier Freigaben zu Kosten oder zu Aufträgen erteilen kann. Das wird mit dem Buchstaben A signalisiert. Wenn wir jemanden hinzuziehen wollen zu einem bestimmten Fachthemenfeld, wo nicht nur eine einzelne Person Entscheidungen treffen kann, wird dies mit dem Buchstaben C signalisiert. Und nicht zuletzt gibt es noch denjenigen, der über diesen bestimmten Vorgang in einer einzelnen Prozessstufe informiert werden sollte. Dafür gibt es dann diesen Buchstaben I. Und Sie sehen anhand dieses Beispiels, wie komplex dann am Ende sich eine solche Aufgaben- und Verantwortlichkeitsmatrix zeigen kann. Am Ende wissen wir aber, wer im Selling Center und natürlich dann umgekehrt auch im Buying Center die Schlüsselpersonen sind, die für eine bestimmte Phase zuständig ist, wer die Ansprechpartner auch auf der Gegenseite sind und welche Informationen mit wem ausgetauscht werden.